getroffen mit diesem mord mit diesem mord begrüßen wir euch zurück zu ja willkommen mein name ist dann die ip ich bin bettelbar master hast du die wir hätten und ich habe gerade hatte den ersten vogel umgebracht ist das nicht hervorragend was ist denn beim letzten mal passiert genau wir haben unser erstes tier gefangen wollen wir begrüßen ja eine sekunde ich tue nur in kurz gerade den kursball ersetzen es steht gerade in der wiese ich nehme es mal eben in die hand wir gehen zum nächsten blauen punkt und ich möchte da haben wir das ist unser neues tier erziege mit dem namen weg ist für den müssen wir fahren bauen ja mit dem müssen wir jetzt noch eine farm bauen wir sollten vielleicht etwas mehr wiese haben ja ich kann mich ich gehöre mich erst mal ach so wir brauchen schmutz dafür schmutzplanken und kunststoff hast du schmutz ist glaube ich noch in der kiste neben dem forschungstisch wir müssen erstmal herum schwimmen wir sind da in die richtung aber die blöde insel ist jetzt hier da im weg kannst du bitte mal richten und ich schaue mal nach wo wir schmutz haben neben dem forschungstisch müsste er zeigen in den dingen neben dem forschungstisch und ich tue mal unser floss weiter ausbauen damit wir ja schöne fahren bauen können genau ich nehme immer zwei schmutz dann muss ich aber glaube ich diesen farbmischer hier mal irgendwo um platzieren und zwar wo wir in dem packen hier neben unserem blumen ich glaube wir haben kein plastik und ich habe mir plastik rausgenommen ich sehe nämlich kein plastik mehr der zweiten von links ich habe nicht alles rausgenommen weiter von links aber das ist nichts mehr drin nein habe ich alles rausgenommen du lümmel brauchst du denn für die wiese brauche ich vier mal dann komme ich bin hinten ja ich komme sofort noch mehr planken und wir müssen uns ja jetzt jetzt auch noch um weges kümmern ja genau man damit der uns damit uns nicht vom fleisch fällt ich habe kunststoff zehn mal kunststoff und damit habe ich eine wiese erstellt diese zweite wiese werde ich jetzt neben der ersten platzieren diese kiste und ich muss jetzt hier alles farben mit war haben mich hat ausbauen kann ich kann mir auch beim ausbauen helfen kann ich irgendwie so eine tür ich glaube ich sollte man hier so eine tür hinten in den packen damit wir ja nicht immer rumlaufen müssen ja haben wir irgendwo hier noch platz für die tür bestimmt ich dachte jetzt gerade schon dass ich keinen haken mehr hätte das sofa irgendwo anders hin das ist so fucking dunkel hier ich kann ich kann ihn nicht hören es ist so dunkel hier schon wieder so ein vogel vor der schon wieder geglitt steht war wir sind noch nicht mal fünf minuten aufnahme schon beschwert sich wieder wenn ich die abschieße tun immer weiter hat bringen und tun einfach ins meer hier weitere head back war ich sollte vielleicht mal was essen ja ich glaube ich verhungere gleich ich weiß nicht hast du durst irgendwie nö gar nicht so er wäre jetzt haben so für dich was ich wollen wir haben ein so für welches gemacht wo müssen wir jetzt hin wir müssen von der insel weg übrigens er kann wer er kann wie wieder milch kann wieder milch entnommen werden das ist gezeichnet das hört sich sowieso falsch an wir bauen bald eine neue batterie wieder kann man mich später wir sind auf kurs ausgleich er bleibt irgendwie so nicht immer eingeben ich weiß nicht was da ist aber da ist bestimmt irgendwas cooles erstmal muss ich diesen vogel abschließen wenn ich war zu essen ich weiß mal ein ball auf dem grill ne ja ich weiß was erben grill ich habe keine planung ich habe meinen zwei ich repariere das eben hühner keulen hühner keulchen alles sollte auch hühner keulchen noch nicht ich sehe insel eine kleine ok ich glaube wir bewegen uns davon weg wir sind deutsche wir leben von kartoffeln wir sind kartoffeln wer mag denn keine kartoffel hallo weg ist hallo ich sehe dich ich sehe dich durch die tür übrigens das essen ist fertig ausgezeichnet bediene ich mich jetzt noch platz und ich esse jetzt eine gegarte kartoffel ich habe diesen einen kopf habe ich noch von dem kugelfisch von dem warsten schwein neben dem kugelfisch oder den hast du auf im moment ja 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 wir bewegen uns von der insel weg was soll es ja ich steuere auf den anderen blauen punkt so ja da wurde ich was gut wieder sein neuer charakter vielleicht wieder meine story story haben wir genau stimmt gut dass mich daran erinnerst hatten wir haben wir letztens erlebt brauchst du irgendwie ein smoothie oder so dann nehme ich ihn mir hier sehen wir an also es war zuerst eine rote brühe gewesen jetzt guckte die brühe jetzt an jetzt ist die geld also also erneut gut wieder gemacht oder das muss ich war schon fertig gewesen aber wenn wenn er halt hier drin ist dann ist er erst hier rot und wenn du den dann das glas rein für das ist der gelb ich weiß das klingt ziemlich seltsam und da gäbe er so tür bauen mein gott ich muss mal gucken nur irgendwo auf glas das vielleicht ist ja da irgendwo eine krümmung in dem glas ist ja kein glas ja gibt es sowas das aha da war ja wieder das knickel nickel und siehe da es war doch ein spiegel aber ich bin ich bin so zufrieden mit unserer base hier ja fängt langsam an gut auszusehen ich habe gar nicht gesehen dass hier jetzt auf einmal ein loch ist und sie ein loch was so wir was so wegen der tür man ich habe mein kurzzeit gedächtnis ich weiß nicht wohin mit mir kartoffeln sind übrigens fertig ja ja wer wird hier auch noch mal hier auch war ich war ganz kurz unter wasser gewesen ja ja ich habe kein kunststoff mehr ja jetzt auch nichts drin irgendwo ne achso der loot von der drinnen habe ich schon raus geholt ok ich würde sagen alles leer ja so und jetzt jetzt stört mich dass die tür nicht mittig ist nachwart stimmt wenn du animal crossing spiel hin willst das wäre würde genauso ablaufen stimmt wir brauchen wir brauchen eine batterie genau so ist es auch gelaufen so ist einfache batterie was wollen wir denn dafür kunststoffen kupferbar scheiße auch nicht die ganzen kunststoff schon verbraten habe ich dabei habe ich ja habe ich erst von der weile so viel erstellt aber auch machen können wir können die kisten doch an der wand oder ja schön da ich fange mal ein paar fische ich hatte eigentlich auch vorgab offscreen tatsächlich ein paar fische zu angeln habe es dann aber gelassen ich danke schon ich habe es ist genau ich habe du 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 auch mal vielleicht so so oh man das schwanken das macht mich ein bisschen wahnsinnig ich glaube ich würde ich das nicht überleben ich meine ich bin nicht sehkrank aber trotzdem so so viel schwanken dass das wäre selbst nicht zu viel aber wir haben keine plastik gar nichts mehr doch irgendwie nicht an und gestoß noch irgendwie nicht auf blut wir können wir können uns doch jetzt nicht leisten zu sterben ich meine okay sterben wenn wir sowieso nicht weil ich ununterbrochen hier am fischen bin unsere hier sind die farben super fertig ja ich habe noch mehr als drei viertel vielleicht habe ich ja glück vielleicht fange ich ja sogar auch noch ein schuh ausgezeichnet ich habe eine kerzenflasche gefangen können wir uns auch uns auf den tisch stellen und dann anmachen ich habe noch ein welt gefangen ich habe noch platz ich hoffe ich hoffe brauchen wir doch nicht ich würde schon sagen wir sind eine seite da brauchen wir nicht müllwürfel ding wollen wir auch nicht batterie wäre vielleicht nicht schlecht haben wir noch irgendwas hier zum schmelzen ja noch seetagen wir haben noch sand ein damit ist da feuer drin ja ich mein holz dann guck mal ob ich eine batterie erstellen kann wenn ich wüsste wo die ist hier ist die einfach mal kunststoff haben wir nicht ja wir haben kein kunststoff kunststoff den wir nicht haben wir wollen ja nicht dass du abhaust extra in der bude für dich gleich da ist los wo ist es denn da genau oh mein gott wir steuern darauf zu ich muss ich muss eben ein bisschen platz schaffen das habe ich gehört weges es bewegt sich hat hier wieder nicht wir sind nicht im kurs an haben wir sind jetzt wieder auf dem weg ja genau richtig ausgezeichnet wenn ich jetzt nicht das ding ändern weiß wo wir dann schon wieder landen ja der abweilen werden dieses mal ja schon hoch und schere bogen brauche ich noch nicht selber gleich eben den den lot auf dem floß ein bolzen und ein bisschen kripp holzen haben wir die kerzenflöschung mit da sein bogen nein dieses verdammte misstück steinfall habe ich schon wieder getan was direkt vor meiner nase ja ja schon wieder mein bettchen geschlafen wir bewegen uns opflos weg ja soja nein warum sind wir zwei löser und schwimmen dahin ich nehme das paddel ja so sieht das aus mit der animation die gesehen da klaut er mir den los du und es ist natürlich dunkel ist klar da ist nicht gekommen ich will da hoch warum konnte ich nicht hoch so ich habe es ein paar zeugs scharnier schrott holz aber mein gott ich glaube ich sie da hinten insel vor den kraft wurde aus ich mache so langweiler bis stadt paddel bricht ich ziehe die gesamte insel auf meinen armen mit jawoll sieht mir an ich ziehe das gesamte floßen zu mir jetzt nicht mehr jetzt wenn es kaputt ja jetzt million jetzt will ich auch nicht mehr naja gehen schon akkurat ich weiß da weg es gibt mir mal deine milch dankeschön da waren wir da sowieso nicht mehr wird zu den blauen dingen ich sehe da hinten ohne insel ja da gehen wir darauf zu oder denke ich mal da kommst du hier hin so kunststoff ich war wieder kunststoff wie blöd warum sind jetzt zwei löcher weil der heider daran rumgeknuspert hat das solltest du doch eigentlich am besten wissen wieso habe ich gerade habe die milch getrunken ich beobachte ja alles so aus der höhe so haben wir ein paar farben da rein da ist ja gar keine gemüsesuppe fertig muss man denn hier endlich selber machen in diesem laden hier also wirklich dieser laden scheint hier heute echt auf selbstbedienung umgeschaltet zu haben speichern wenigstens das trinkgeld macht doch jetzt einfach so mache ich jetzt ich meinst auch immer ist auch fische seine gleiche fluss wo gerade waren rohe makrele frisch aus dem meer aus dem meer bauwarte erober in die welt unsere hält das sind wir an ich kann man mich hier ums essen es gibt hier gemüsesuppe und es gibt fisch warum habe ich nicht eigentlich eine fisch super gemacht nicht so nah ans feuer an welches gott was was machen wege schon wieder da ist das eine so komisch aus wie ich den gerade nein und irgendwie tun wir uns wieder weg bewegen von dem dingen ist klar der ding nie verstehen ja nicht selbst war die säge richtig ich jetzt mir gleich hier fische gönne hier die batterie ist leer der so sollte man wir sollte wirklich auf dem heavy battle konzert gehen naja dann nehme ich von steuern wir mal diese insel an diese kleinen aber sowieso nicht mehr rankommen jetzt gehen wir wieder näher an stehe ich nicht ich wollte in diesem fisch mit zwei fingern muss ich mich darauf reduzieren das zu essen also mehrere ich habe jetzt gesagt ich habe insgesamt fünf fische darauf gehabt ja ich habe ich habe sogar noch ein fisch den halt jetzt wir bewegen uns in der insel weg ich habe sogar noch ein fisch in der hand steckst du hast schon wieder ein floß gefunden damit ich habe mich nicht getroffen ja 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 ich habe sie gerade gerade sechs fische geführt dass wir dann ist irgendwie realistisch wir bewegen uns gerade nicht und das ding macht nichts ja das ist dieser farbmischer ja das ist das aber hatte hatte ich da auch schon beim letzten mal gesagt dass sich das teil nicht bewegt sobald wir stehen wir sind ja eigentlich nicht aufstehen wir mal den an keinig aber aber irgendwie bewegen uns ja auch nicht warum bewegen wir uns nicht möchte man irgendwie so ein düsenmotor irgendwie so was ja dann das sind wir dann irgendwo hin platzieren dann machen wir grünen hallo weges also ein stück fest der weg ist auf jeden fall einen ordentlichen appetit er hat schon wieder die gesamte wiese weggefressen bei der goethe so verfressen kann es auch nur du sein welches ja wir schauen dich gerade an ja ich schaue gerade dich an an die weges ja wir brauchen auch unbedingt mal wieder mehr der kunststoff brauchen wir auf jeden fall super super brauche ich nicht nicht mehr wenn du sie brauchst nehmen sie ruhig denn man sagt ja hier bist du dir je besser die armee umso schlechter das essen das hält die mannschaft bei schlechter laune das ist ja wieder passiert ja wir kamen so fort er hatte schon vom weiten gerochen ich liebe diese geräusche so und jetzt dringend war der moment der geist und jetzt dringend bauen wir vielleicht mehr segel irgendwie damit wenn wir schneller durch die gegend zwischen können kann ich in die richtige richtung treiben da kommen wir sind gleich an der insel weiter ist landdienst nicht ruhig schnelle männer das andere partei ein stück du musst du schon fast tot sein mit den ganzen namen machst du da bist du dich gerade mit meinem kloppen ja jetzt wird die farbe gemischt ok lass den anker runter ausgezeichnet wir sind auf einer insel ich bin der captain dieser crew und wo ist meine belohnung du hast ja so recht hier ist eine gleichkeit verbinden für deine bemühungen das ist ja nur so eine kleine schatzkiste aus plastik um gottes willen ist der krebs sind ja wieder ganz verschwitzt ach du bist ja am schwimmen hallo ich war schon mehr so nato ich habe vergessen aussieht scheißegal nehmen einfach da das wird was kriegen kannst übrigens ich habe meine sauerstoffflasche verloren weil sie mit verloren ist leer gewesen war auch zeitlich begrenzt was sauerstoff ist momentan ärzte eigentlich gar nicht mehr so man muss das mitnehmen was wir kriegen können wir haben noch anker gelichtet kann doch gar gar nicht abhauen es geht nicht weg ohne uns ja genau sein hat der weg ist irgendwie hijackt und damit weg schwimmt genau ich hab mir teil erz was mich da hoch und ich glaube ich hab noch kopf gefunden da ist kopf noch mehr kopf warum jetzt kann ich nichts mehr abbauen ich gehe zum fluss zurück ja das ein hei nein hoffentlich habe ich nicht gesehen blut nicht riechen der bemerkt mich nicht mal jetzt hat er mich gesehen ich will den hei kopf mitnehmen der hei kopf muss mit der kopf mitnehmen mit ihr die truhe rein schon wieder wasser das sind federn wie ich ja gerade gesagt habe ich musste was abwerfen ich habe noch ein bisschen metallerz gefunden und wir sind kupfer ausgezeichnet und ich weiß nicht wo mein kupfer ist nein ich habe das kupfer gar nicht mitgenommen ich habe ich habe ich habe nicht realisiert dass mein inventar schon voll war ach naja was solls es gibt schlimmeres im leben was denn zum beispiel selbstmord mein das leben besteht hier nicht nur auf schönen sachen wie weihnachten geburtstag oder selbstmord bewegen uns nicht wirklich doch ein bisschen ja ein bisschen ich drehe mal das segel nein das ist genau noch kurze nein ich tue es jetzt hoch sind gleich wieder umstellen damit wir auf den blauen punkt gehen ich habe es gerade nur hoch gemacht ich habe es nicht verändert ich werde jetzt weg von dieser insel und ich will jetzt diese tür wieder schließen damit unser weg ist nicht abhaut der komischerweise hier durch das holz glitsch ja ja was mit der farbe ist noch nicht wirklich was aber nicht so direkt neben dir trinke jetzt sammeln ich noch seine milch ein wir brauchen kunststoff und als andere und jetzt trinken also mich bringt echt viel erhöht sogar so ein bisschen bis in die wasseranzeige okay aber halt nur minimal und dann hier weg damit weg damit wo kann man noch mal dings herstellen hier kann man die herstellen warum sind hier früchte drin in der kiste und oh mein gott warum ist einfach so es ist nicht dass nur das aussieht aber immer diese headbanger vögel aber nicht in der schieße dann bleibt er immer noch hier verstehe ich das wahrscheinlich tot aber bei mir ist ja noch immer am headbanger bist du ein loot ist nämlich an er lässt bei mir immer noch hier das kunststoff da kommt kunststoff so viel kunststoff wir sagen noch einmal war weiß war was ich uns jetzt mache ich mache ich mache uns jetzt hier richtig richtig richtiges fest mal siehst du das sieht ja auch machen sie die grille die grille an gar nicht mussten mussten ab jetzt keine zeit muss die ganze zeit der angebissen von der ja ich weiß also für kunststoff sind für kunststoff in den netzen schon kiste oder fast jetzt kann ich mal war das eine nutzen war das ein nutzloses fass da war einmal kunststoff drin drei blätter und kupfer waren davon haben wir ja noch nicht oder ja okay das habe ich nicht wirklich getan ich habe ich meine hergestellte ich habe schon wie ich habe es schon wieder getan was er so getan ich habe ich habe die falsche taste gedrückt habe karten weggeschmissen manchmal kann ich nicht lassen wir in ruhe ich bin sensibel du verletzt meine gefühle da sind zwei kisten da hinten ja die krall ich mir jetzt na gut zumindest die eine kiste die habe ich jetzt noch das fass es hätte ich zu fassen mein gott und in dem fast war war nur einmal kunststoff und dabei brauchen wir doch so viel mehr davon sagen das haben wir gehört weges oder oben moment das ist nur eine insel ich habe schon wieder keinen platz mehr eine kleine kleine oder was 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 so eine kleine so ein kleiner so eine kleine war hier ja ich glaube dem glaubt das muss auch schon relativ groß sein und denke ich zumindest warte mal ich werde jetzt erstmal eine batterie erstellen damit wir unseren recycler wieder in gang setzen können ich habe eine batterie erstellt also sie auch schon reingesetzt dann tut das mal bitte muss die alte schon draußen die schon draußen ok ich habe noch eine aber die tue ich da oben für das ding den empfänger ja ja ich werde auch noch mal eine eine herstellen es war waren nur palmenblätter gewesen soviel durch da schrott damit habe ich überhaupt noch einen stein aber habe ich einen stein bei mir wer zur hölle ist eigentlich paul und was zur hölle ist eigentlich mit karsten los so etwas stein oder nicht stein stein oder nicht stein gezeichnet hier auch noch warum sind wir so viele löcher so dann machen wir halt so ach so verstehe ich habe noch was herausgefunden du kannst auf der tastatur wenn du eins und wenn du wenn du auf die tasten drückt die oben sind also unter der unter ff 1 2 3 und so weiter und so weiter wenn du darf die tasten drückt kommen sie direkt auf den slot drauf ja das normalerweise spielen mit so ich habe es nicht ich habe es nicht gewusst ja das ist ein headbanger vogel was passiert gar nichts ich war voll gefangen ist hier ist jemand gestorben nein noch nicht noch nicht sehr gut daher genau das war wohl erstellig ich wollte uns noch mehr ich wollte uns noch mehr wie heißt es nicht so noch mehr anbauflächen machen der macht da unten wo ich angefangen habe weiter in die richtung am besten jetzt bin ich schon wieder ins loch eingefallen warum falle ich meinst nein oh mein gott oh mein gott auch was 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 jetzt mein kunststoff wieder und beide planken weg damit weg damit ich mache da platz mein gott und jetzt wirklich mal mein hammer und unbedingt irgendwie ein scharf oder irgendwie sowas nicht braucht wieder kunststoff während du nämlich da auf der anderen seite das gruppe das fluss vergrößert das werde ich dann auf der anderen seite tun wo unsere anbaut sind wir machen jetzt hier in xxl fluss irgendwann wird fluss so groß sein das kann jeder sehen wenn irgendwann mal so ein hubschraub schraub 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 schrauber so als beispiel jetzt hier so rüber fliegen fliegen würde der will sich dann denken dann so man ist das eine riesen villa auf dem wasser und dort ist kein kunststoff du nutzlos ist was unsere palm bett hat noch eine ganze kiste davon auch schon sagen ja guck mal da hat die sonne geht gerade auf wir dürfen den weg ist nicht vernachlässigen wir müssen seine seine wiese gießen guck dir mal an der ganze lute kommt drei fässer auf uns zu ich versuche dazu bauen nein 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 ich will loot einsammeln und nämlich so ein riesige farben nehme ich an da habe ich das falsch rum gebaut ja da hast du falsch rum verdammter dreck wir sind dann noch palmwetter oh mein gott sieh dir diesen loot an ja ich habe keinen platz mehr meiste kommen kommt sowieso kommt sowieso in unser lager rein und alsoите ich an bauern nämlich nochmal hier so so kleine ich habe nur die nein die futter nicht die wände ja weg die tiere scheiße die kiste alter es ist so am schwanken ich bin teilweise unter wasser das leben das leben das ist der tot das fluss vergrößern mein fluch und das fluss muss so viel größer werden warum ist hier nichts drin außer fucking ballenblätter und einmal kunststoff und ein brett ein ding wird ja wohl auch reichen oder ich glaube da kann ich das oder einbauen noch mehr kunststoff ich brauche auch kunststoff und unsere welt und die welt sind fertig jeder kriegt einen ich habe keinen platz mehr so habe ich schon wieder kein platz ganz im welt nehmen war drin gewesen unsere presse ist am arbeiten erst mal sehen wir wieder vom kurs abgekommen sind verdammt hier sind müllwürfel drei stück nämlich alle mit und rein mit den palmblättern weil brauche ich nicht nicht und rein mit mehr palmbländer weil brauche ich nicht und rein mit der feder weil brauche ich nicht mein gott wir gehen sogar noch dahin wirklich irgendwie 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 ich wollte daher schon wieder alles weg futtern da wollte ich nur so fahren mir weg futtern was was hat fing er weg meine güte fing er weg noch keine plumpen drin gewesen ist auch wenn ich ja gut rot 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 so ich setze jetzt noch eine große eine mittelgroße anbau gehen und zwar genau hier hier ist ein hier sind doch überall ich habe ein ich den mann verbrauchen erledigen rochen oder ich versuche es wo ist er schwebt gerade unter uns und fluss vorne hinten links rechts vorne hinten links rechts ohne jetzt ist er weg ich bin gleich sterben ich habe getroffen mit meinen pfeilen bogen ich wollte ihn auch treffen mit meinem pfeilen bogen und wir steuern auf einer insel zu folgen ich verfolge ich bin sehr viel tief als gedacht abschreiben umhängen in dem hauen fall ich weiß nicht wo du bist wenn vorne irgendwo unseren anbauflächen glaube ich unter wasser verdammt für einen anker lichten ich lichter ankommen ich sehe nicht aber ich kann ich jetzt gar nicht retten ja ich weiß okay ich habe mich so auf den mann tauchen konzentriert mama 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 so vier fünf pfeile in den reingeschossen ich will ja ich sehe dich ich schaue ich die ganze dann aber ich kann ich jetzt gar nicht retten ich habe ich habe viel zu wenig leben dann stelle ich ja noch mal ein bisschen ich hätte dich gleich aber so sonst ist alles und alles klar da drüben die ganze schwankende wellen und ich sehe eine insel jetzt auf einmal perfekt die musik wieder an die friedvolle musik während du mich anschaust ich versuche was ich weiß die ziehe ins wasser um den ab wir können nicht einfach den weg ist opfern das geht doch nicht nach der überlebte schon meinst du der überlebt hat ja im heiköler freigeschalten befreien ich komme und rette dich ich glaube ich höre dich auf wo ist er nicht sehr weit vom floß entfernt da sehe ich dich war so dramatisch wege ich gehe ich muss die tür öffnen warum liegt da ein pfeiler in meiner hand jetzt mal nicht der mann tauchen verfolgen wie hat sie das angehört mit so lange tot zu sein ja also ich hab hier blau gesehen irgendwann habe ich dich gerettet ja du bist eine gute cgw denkst du bist aus polen nicht war das eine polnische ziege ja mal die gemüsesuppe warum ordnet sie ja ja mit die nicht ruhig ich habe halt jetzt gerade noch in der paddel genutzt habe ich näher rankommen ja ich konnte doch nicht einfach so sterben lassen hier ich rede dich sterben lassen und hier lässt sich die ja auch nicht sterben wenn so die ganze zeit abgekleidet immer nicht gestorben seine große können weiter ja und ich merke dass ich durst habe danke immer noch auf kurs scheiße wir müssen schon wieder wasser machen dann besser hat seger ist noch gar nicht offen wir sind wir noch von kurs nein schon wieder von gestorben wo ich die flasche jetzt verloren hätte welches wie wiese wird gleich wieder kommen kann sie weiter futtern und was das in so war so wie soll ich noch mal was zum zocken hinstellen oder oder vielleicht irgendwie fernsehe oder so ja ja spät gerade sehr gerne helder was also ich habe noch kein port davon angesehen das absolutes chaos ist ich meine so ich meine wir haben ja auch chaos am laufen ja ich glaube aber nicht nicht so sehr sehr wie du behältet was denn sagt wenn spiel irgendwie im trailer irgendwie viel chaotisch aussehen als eigentliche gameplay ja das gehe ich jetzt genau das gegenteil in dem spiel das ist nur stress ist nur das nur stress da ist nur chaos nur frustration freude leid freude leid hektik war dann weiß ich war was wir hören was wir nicht spielen sollten jetzt schenkt together ja auch schon leute gesehen ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich weiß nicht warum ich die halbe wette eingesammt habe ok ich muss jetzt erstmal was den recycler reinstecken weil der ist leer also ich dachte meins batterie kann ich sein nein so aber jetzt haben wir schon eine stunde gemacht ich schon mal die zwei fässer da die an uns vorbeischwimmen ist es schon wieder so weit ja ja ich auch noch steine rein stein 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 so viele kisten so viel besser ja gerade noch ja da habe ich gerade alles eingesammelt warum schwimmen die in der neuen boss da war weil ich kein platz hatte weil die palmenblätter und das alles können wir hier alles alles hier rein schmeißen in den recycler ich kann nicht ich kann ich kann nicht die rüben reinwerfen und kartoffeln schade eigentlich rum jetzt war einfach nur an mein fluss aber er stimmt der pot ist jetzt zu ende oh mein gott ja ja haben hast doch abschließende worte gleich subscribt für für den weg ist ja ja leike zum skype deswegen gehe ich jetzt noch was zu hören hin oder sage ich so hallo hallo das ist unser maskottchen ja für ihn genau er ist jetzt unser maskottchen hast du gehört wer gehst du bist jetzt unser maskottchen sei sie sei zufrieden damit große insel ahoi was ja ich war genau darauf zu hallo 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 keine zeit dafür vielleicht kriegt der weg ist nächsten parten neuen body mal schauen ja da war der moment ich habe ich habe aber kann ich habe keine munition mehr ja es noch nicht nur explosives zeug links er steht ja stimmt 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 nein das sollte ich haben aber jetzt habe ich es ich nehme noch das fass hier und dann werden wir ein paar ich meinst nein mein fast ich muss sagen das war's für heute ne er ist vorher nämlich mal ein schicken wir die insel ab die war gerade ja auch gleich steuern ja vielleicht finden wir da sogar noch ein paar kugelfische ja ja dann ja dankeschön für zuschauen und wir sehen uns ciao 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 ciao